und ein herzliches willkommen bei der nächsten folge von stardew belly ihr seid bereit ich bin bereit chat ist da und die ganzen leute die heute hier sind auch und ein süßes brot in laber so gehört es sich was passiert eigentlich wenn ich jetzt hier runter gehe ich komme gar nicht okay die die mögen es gerne warm diese affen wo brauche ich das brauche ich glaube ich weiß nicht habe ich genug käse dabei dass ich hier reingehen kann wohl ich komme ja gar nicht zurück ich habe ja nichts dabei da habt ihr schon gehört da ist wieder was doch einfach hier war doch auch irgendetwas damals vor 100 jahren juhu okay paar süße pilze komm troppe pass einmal noch dann gehe ich gehe ich nach hause schlafen ja genau war ja war ja hat es auch fast leider nicht im live stream weil das bei mir aus irgendeinem grund immer gelöscht wird und ich verstehe nicht wieso leider leider finde ich gut ja muss ich mache ich brauche mehr abos und jetzt ist ja auch bald zweijähriges was ich da als special mache ist mal also ich werde ich werde das nicht mehr wieder versuchen mit 24 stunden durch zu streamen weil ich weiß noch wie mich das richtig gekillt hat ich war nach zwölf stunden so durch also mein hirn war brei obwohl ich könnte es machen aber dann schlafe ich da hinten auf der couch und teddy übernimmt hier den stream das könnte ich machen ja das wäre eine idee gut wir gehen ab ins bett heute ist der 19 ich schaffe es wahrscheinlich nicht ins bett weil ich vorher umkippen werde weil bei 40 wird es knapp ich darf mich jetzt ja nicht ablenken lassen ich habe schön Deko hier aber ich darf mich nicht ablenken lassen hi turtle hatte ich ein ups ich habe versehentlich das ding geöffnet okay aber habt ihr alle gesehen oder ich bin kurz weg kaffee kochen am guten kaffee könnte ich mir jetzt auch können könnte ich mir jetzt auch können ah 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 omi hat heute geburtstag der bringe ich einen diamanten vorbei ja wenn ich einen habe das ist schwierig gerade mhm ja habt ihr die schwebkatz hm Okay, da kaufe ich auch. Das kann ich ins Lager packen. Aber das Bild würde ich mir gerne noch um größer angucken. Hier hin. Was ist das? Warte mal, ich will mir das angucken. Ah. Oh, das habe ich komplett vergessen. Aber das ist nicht schwer. Außer die zwei Dinge hier. Da weiß ich nicht genau. Kaviar. Schattenlachs. Hm. Wo ich die her bekomme? Äh, was wollte ich jetzt hier? Einstellungen. 130 habe ich. Was soll das sein? Das sieht so aus wie so ein kleines Männchen, was den Ball tritt. Das sieht so aus wie Taddeus so ein bisschen. Also braucht man schon sehr viel Fantasie, dass man da was erkennt, oder? Da hinten ist ein Fluss. Das könnte eine Lampe oder ein Haus sein. Das ist ein Blatt oder ein Stein auf dem Boden. Was soll das da hinten sein? Soll ich keine Ahnung. Sorry, ich wollte das jetzt nur ganz kurz anschauen. Äh. Wir gehen gleich wieder zurück. Äh. So. Ja, das ist wesentlich besser. Was ich zum Jubiläum streame, das weiß ich leider noch nicht. Das ist das Ding. Wir schauen vielleicht meine, nochmal meine Folgen an und so. Von damals. Meine erste Folge. Einfach aus Tradition. Das habe ich damals auch als erstes gemacht. Meine erste Folge, was ich auf YouTube hochgeladen habe. Das war S-Tournier. Und der Vergleich, wie sich das damals dann verändert hat, auf einmal. Von so Low-Budget-Streamer zu das, was ich jetzt hier habe. Also ich könnte jetzt auch in 4K streamen, das wäre kein Problem. Er hat natürlich Verkleidungen, ja. Das auf jeden Fall. Also die, die ich bis dahin habe. Ich werde, glaube ich, nicht alles bis dahin zusammenkriegen. Ah ja. Ich versuche mein Bestes. Wir werden auch spielen, vielleicht zusammen. Vielleicht irgendwelche Spieler. Stardew Valley. Wer Bock hat, kann reinjoin. Wir machen einfach ein kleines, kleines Projekt oder so, wie damals. Ich mit, äh, Varia. War auch ganz lustig. Oder so Spiele, wo wir gegeneinander spielen. Weiß ich nicht. Sehen wir ja alles. Weil ich habe, ich würde da schon 12 Stunden streamen. Wahrscheinlich wird nicht die ganze Zeit jemand da sein, aber so, dass ich da, dass es irgendwie besonders sein muss. Keine Ahnung. Ich habe mir damals sogar einen Kuchen gekauft. Für das Einjährige. Den habe ich aber im Stream nicht gegessen, weil das, die Zeit so schnell verging. War krass. Ich habe den aber danach gegessen. Achso. Hab ich nicht mitbekommen. Speedrun von Stardew Valley vielleicht, ja. Ich freue mich aber so lange nicht, erzwischen. Damals, das ging schon, da kamen einfach Leute rein, wieder raus, rein, raus. Und, ihr seid krass. Alle sind ja krass. Okay, äh, das hier noch ver... Meck. Fischeier, keine Ahnung. Hm. Das würde ich verkaufen. Kann ich noch so eine... Was fehlt mir denn? Eichensaft. Fehlt mir viel. Ich sage ja nicht, dass ihr zwölf Stunden da sein sollt. Das wäre nur so eine Theorie. Meist Sachen würde ich dann machen, wenn ihr da seid. Und wenn dann niemand da ist, mache ich halt irgendwas anderes, dass halt andere Leute hier rein schallen können. Es ist ja nicht so... Ich zwinge halt niemanden hier zuzusehen. Und ihr könnt es auch später ansehen. Das wäre jetzt auch nicht das Ding. Ich zwinge hier niemanden zu irgendwas. Ihr seid alle freiwillig hier. Ihr könnt auch hier einfach auf den X-Buttonen drücken und weggehen. Und so, ja. Ich verstehe, ja. Ihr seid freie Menschen. Oder ich mache ein 8-Stunden-Programm, aber dafür alles vorgegeben. So 8 Stunden, äh, 2 Stunden das, 2 Stunden das. So, dass ihr sagen könnt, ja, da schaue ich rein und dann gehe ich oder so. Kann ich ja auch machen. Ich bin da ja sehr flexibel an Lukas. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich will wirklich einen Kokos-No-No für die Kneipe machen. Aber ich weiß nicht, wie ich an eine Kokosnuss komme soll. Mann, kannst du mir helfen? Gas? Ja sicher, Gas. Ich bring dir gerne Kokosnuss vorbei. Wo sie nicht das Bett gefunden hat? Ganz dünnes Eis. Oh Gott, jetzt wird es kritisch hier im Chat. Jetzt brennt der Hut. So, äh, das gebe ich noch ab. Das wollte ich jetzt machen. Kokosnuss, ne? Kokonat. Nehme ich gleich ein paar mehr mit. Verbreiten wir wieder ein bisschen Liebe. Gut, dass das jetzt nicht ging. Ähm. Für Clint nehme ich ein Stück Eis mit. Dann gehen wir auch ganz kurz zu Clint. Das nehmen wir mit. Abigail. Maru. Omi. Obwohl, ein Diamanten ist schwierig. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Obwohl, das hier kann ich auch mitnehmen, oder? Ist für Gunter. Ja, genau. Gut. Ich spendiere Schlamm. Ei, 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 ei. Leute. Okay. Äh, wieder fokussieren. Manipulieren. Den Bürgermeister. Dass der mal endlich was für die Stadt tut. Ist Abigail vielleicht hier gerade? Oh. Hi. Alles gut? Ah, wieso ist das Buggy hier gerade? Du hast Piers geheime Sammlung gefunden. Piers geheime Sammlung. Oh, schmutzige Bilder, oder was? Versteckt man die nicht normalerweise in der Sockenschublade? Hey, wer ist im Schlafzimmer? Deine Frau? Ich bin ein blinder Pirat. Lass mich in Ruhe. Ah, wie hast du das gefunden? Schnell, gib her. Versprich mir, dass du niemandem etwas darüber erzählst. Leute, ihr müsst jetzt alle still sein. Sonst werdet ihr alle gebannt. Mein Geheimnis ist bei mir sicher. Ja, bei mir, aber nicht bei Chats. Ich sag nichts. Danke. Danke, ich weiß, dass du schätzen. Vergiss einfach, dass du das gesehen hast, okay? Ja, ich vergesse das. Chat. Und ich vergesse, dass du in meinem Schlafzimmer herumgeschnüffelt hast. Das ist nicht schlimm. Ich bin blind. Ich sehe nichts. Ich dachte, das war das Klo. Rummel, jetzt muss ich ein neues Versteck finden. Rummel. Aha. Ah, Pierre. Guter Mann. Pierre hätte ich noch die Blume mitnehmen können. Aber Abigail ist nicht hier. Ja. Abigail. Nö. Hm. Okay. Ah, ja. Gut. Ähm. Mein geliebter Alex. Weiß ich nichts. Habe ich jetzt leider nichts dabei. Für den Bürgermeister. Bürgermeister habe ich doch schon auf Maximum, oder? Ja. Alex fehlt noch ein bisschen. Ah, das hätte ich heute machen sollen, ne? Hm. Okay. Äh, Gas. Schon zu... Ja gut. Können wir ihn schon geben. Coconut. Schock. Das ist mal etwas, Bürschchen, für meine Winter... 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 Gas. Alles gut. Was hast du heute so im Angebot? Ich gönne mir mal so ein bisschen Kaffee. Hm. Okay. Habe mir ein bisschen Kaffee gegönnt. Gute Nacht. Äh, was? Aber ich... Geh... Ich... Crazy. Oh, cool. Dann... Ciao. Gute Nacht. Tag, Passion. Habe ich jetzt gerade ein bisschen übersehen. Sorry. War so konzentriert. Aber gute Nacht. So, äh... Jetzt gehen wir zu... Gunter und... Na. Äh, Gunter... Ach, es ist genau 16 Uhr. Ach, toll. Aber der wird wahrscheinlich bald in die Bar gehen. Aber dann wird Abigail hier auch irgendwann entlang kommen, oder? Sonntag? Samstag? Ist hier nicht viel los in der Bar? Hier. Bisschen zocken. Hm. Clint. So, die Anzahl von Skeletten in den lokalen Höhlen haben den Bergbau förderlich gemacht für andere Leute, nicht für mich. Es gibt gutes Geld für jeden, der bereit ist, 50 von ihnen zu töten. Clint. Zwei Tage. Der Tag ist im Prinzip schon vorbei. 50 Skeletter. Hallo, ich suche einen großen Haufen Käfer. Je saftiger desto besser. Zumindest scheinen die Krebse... Krebse... Was Krebse, dass du mögen. 100 Stück sollten ausreichen. Kriege ich 100 Stück zusammen in der Höhle? Ich mach das mal. Weil in der Höhle sollte ich das schon zusammen bekommen. Oder? Zu spät für Quest? Aber nicht für die Käfer, oder? Weil die sind ja hier relativ viel, oder? Kommt. Verwandelt euch. Okay. Hier. Verwandelt euch. Okay. Einmal schlagen. Der ist tot. Die kommen dann eh von selber. Ja, wird sich, glaube ich, schwer ausgehen. Okay. Kann ich die auch so töten? Ja. Ah, das geht sich leider nicht aus. 100 Stück. Habe ich vielleicht zu Hause noch? Die Würmer zählen auch dazu. Okay, da habe ich ja auch die Bestätigung. Ja, das... Ich dachte, das wäre hier größer. Okay. Das wird sich nicht ausgehen. Ich habe acht Stück jetzt. Ich schaue jetzt noch zu Hause. Was da so rumliegt, aber... Ich glaube, das geht sich nicht aus. Groß. Den Zauberstab hätte ich gern. Zwei Millionen. Er war stark bemüht. Na, Kinder? Äh... Ah, Schnecke. Kleiner. Hier. Schnecke. Oh, vielen... Vielen Dank. Das ist... Grandios. Okay. Grandios. Grandiose Schnecke. So. Clint... Clint... Da kommt er. Hier. Mein Freund. Ich weiß, du liebst das. So. Habe ich noch was? Ich schaue jetzt noch zu Hause nach. Ich habe die ja mal gesammelt, so ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass ich da so viele Stück zu Hause habe. Hm. Mal gucken. Hier drin. Ah. 43. Also die Hälfte hätte ich. Ich kann nicht vergessen. Passiert was, wenn ich die Mission nicht schaffe? Gibt es so einen D-Buff oder sowas? Ich glaube nicht, oder? Das wäre schlimm. Ja, das hier. Grünzeug. Kokos nicht. Ah, hätte ich noch abgeben können. Aber egal. Wein lasse ich jetzt mal. Passiert nix. Nix. Genauso wie mit nix im... Nix. Ah, kauf ich... Futter sollte noch genug sein. Gut, ab ins Bett. Ist auch schon spät. Tup 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 tup. Ich nehme noch... Das mit. Mach das noch. Okay. Hi, Törtel. Hi, Katze. Gießkanne? Hier. Ich könnte auch mal die Gießkanne verbessern. Die ist hier noch... Bronze. Das heißt Eisen. Habe ich genug? Ja, fünf. Fünf Eisen. Aber will ich die Gießkanne jetzt verbessern? Das wäre wichtiger. Die Axt. Davon hätte ich genug. Aber ich habe nicht genug Geld. Das ist blöd. Dann schaue ich mal ganz kurz nach. Das sollte nämlich schon fertig sein. Die Blueberries. Immer noch nicht? Auf der Insel? Dann könnte er auch nicht sein. Die habe ich ja erst gepflanzt. Ich muss ja eh noch warten. Ich muss ja eh noch warten. Das ist gruselig. Steht ihr auch manchmal so im Zimmer und atmen einfach? So ganz langsam. Das ist ja ganz creepy. Okay, Spitze. Ich liebe das Zeug. Ja, gerne. Das ist mir ja cool. Ja, wenn er jetzt noch ein Fisch isst, dann wäre ich schon hart an der Grenze. So ein Fisch zerreißt. Ah, lecker. Okay. Ich bin zu früh da. Na, passt ja. Ich habe wieder zu lange gequatscht. Ich bin zu lange gequatscht. Ich bin zu lange gequatscht. Ich bin zu lange gequatscht. Äh. Ich habe kein Geld, ne? Kioden. Irgendwas cooles. Ach komm. Irgendwas cooles. Ernst, ist es praktisch? Ach komm. Cool. Wow. Das war das... Sinnloseste überhaupt. Meine Güte. So. Wie viele Kristalle brauche ich, um mein Schwert aufzuladen? Wahrscheinlich zu viele. Hundert. Zwei hundert? Null, null? Hä? Was? Ich kriege morgen ein ganz weißes... Ich suche nach einem Namen. Schneeflocker? Flocker? Kommt drauf an, ob Junge oder Mädchen. Flocki? Schneewittchen? Schneewittchen klingt süß auch, ja? Oder Flocki? Weißer Ball? Flocki gibt's schon, okay. Äh. Dann. Was gibt's denn noch schöner? Für eine Katze. Katze! Beste Name für eine Katze. Katze. Ist immer sehr kreativ. Schneewittchen ist super, ja. Das war ein guter Karl von Glecani. Schneewittchen. Merlin? Für einen Jungen würde ich auch sehen, ja. Merlin. Klingt auch süß. Okay. Oder Sir Lancelot. Äh, was wollte ich jetzt? Ich hätte was abgeben können. Ich hab das. Ich geh jetzt in die Mina. Das Ding ist, ich brauch halt Batterien. Das... Das stört mich am meisten. Oder ich geh auf die Insel und versuch, Kristalle zu farmen. Für mein Schwert. Inselot. Ah. Ähm. Was nehm ich? Nehm ich Bomben mit? Brauch ich eigentlich nicht. So wirklich. Was kostet das nochmal? Bomben. Großen. Ah, die kosten Gold. Gibt es keine für Iridium? Iridium brauch ich jetzt halt nicht wirklich. Oh, ich kann den schon bauen. Habe ich den schon gekauft? Oh, der Finsternis. Okay. Ah. Das gebe ich noch hier ab. Und vielleicht ein Glücksessen mitnehmen. Könnte nicht schaden. Denke an alle. An alle. Danke an alle. Ja. Danke zurück. An alle danke. Schön. Ja, der Chat ist schon süß. Einfach Katzen Namen aussuchen. So, ähm. Bisschen Käse. Produzieren. Die haben zum Glück Futter hier. Das ist bei mir nicht immer gewiss, dass immer alle Futter haben. Ich bin ein sehr guter Bauer. Ja, da muhren sie alle. Komm. Nein. Ich hab mich verdrückt. Okay. Oink, oink. Ola. Frau Ola. Tü, 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 tü. Oha. Mein Mann spielt Stardew Valley. Wild. Wild, wild. In einer wilden Welt leben wir. So, ab auf die Insel. Wir brauchen alle Urlaub. Weißt du ja was? Ich zieh mich jetzt um. Obwohl, äh. Das mit den Schuhen ist manchmal so ein bisschen blöd. So. Äh. Hier. Hier. Sir Dino ist unterwegs. Das Kugel an dem Kostüm ist halt der Schwanz da hinten. Der ist so wackelt. Hör. Tü, 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 tü. Ich hätte mich hin teleportieren können. Hi Maru. Habe ich zufällig? Nein. Natürlich nicht. Jetzt gibt es ein paar Abenteuer auf die Insel. Aber schade, dass man da keine Gebäude oder so bauen kann. Das ist ein bisschen schade. So. Mach es gut und... Ja genau. Bye bye, Ismena. Auch gute Nacht, schöne Woche. Okay. Würmer holen wir. Schön. So, habe ich Glück? Habe ich Unglück? Ist hier was? Hier ist nichts. Ich bin traurig. Oh, ein Schulterblatt. Das ist gut. Sonst noch was? Oh. Da ist es. Ah, nur Knochen. Mist. Okay. Jetzt habe ich wieder vergessen, das Zeug mitzunehmen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin heute so abgelenkt. Ich bin heute so abgelenkt. Warum bin ich abgelenkt? Warum bin ich so unkonzentriert? Darf doch nicht sein. Äh... Oh. Bilderköder. Kann man hier eigentlich... ...was angeln? Hier war doch auch irgendwo ein Geschenk. War das hier? Wir sind doch so still. Ja. Gut. Ich werfe doch mal ganz kurz die Angel rein. Okay, der hat gleich was angebissen. Ist das was Wildes? Oh. Hä? Blauer... ...Diskus... ...Buntbarsch. Okay, ich habe zuerst gelesen. Disco. Buntbarsch. Passt aber zur Farbe. Okay, der ist auch. Der wirkt neu. Oder ich hatte den damals gar nicht. Hm. Keine Ahnung. So, wir sammeln jetzt so Kristalle. Ich will Kristalle... ...für Waffe aufwerten. Ciao. Okay, das ist ein neues Design. Alter, das sieht spannend aus hier. Komm, nochmal. Noch mal. Noch mal. Kein Dynamit, leider. Bombe. Perfekt. Aber ich wollte Kristalle. Äh, hier ist nichts. Bisschen Kupfer. Das kann ich mir. Ah. Ja, komm. Nervt nicht. Du auch nicht. Weg mit dir. So. Schnauch. Das ist nichts. Schnauch. Schnauch. Stirb. Okay. Das ist böse. Das noch explodiert. So. Sind hier auch irgendwo Kristalle? Hier sind nur Ressourcen. Da vorne, oder? Das sind Kristalle. Das hier war... Okay. Autsch. Schalter. Ich bin jetzt nicht unbedingt wegen Ressourcen hier. Aber hier ist halt gar nichts. Ja, komm her. Kommt, kämpft mit mir. Ihr werdet alle sterben. Kann ich Wasser über die gießen? Das wäre lustig, wenn ich die damit tüten könnte. Stirb. Nein, das funktioniert nicht. Hm. Ich mag mal Wichte drücken. Auch Kristalle. Habe ich welche bekommen? Ja, drei. Ich muss jetzt schon wieder nach Hause. Ciao. Hm. Ich bin zu spät. Los. Schneeschmetterlinge, die leuchten. Schön. Ist gerade ein bisschen schwierig, ne? Alles. Aber die nehme ich jetzt mit. Prisma-Scheppe, glaube ich, brauche ich auch. Bin ich mir nicht sicher. Und wie viel, ja, ein bisschen Ressourcen-Zeugs, Eisen, Lehm, Stein. Das hätte ich abgeben sollen. Gunther, kann dir mehr darüber sagen? Ist das für Gunther und nicht für das Vieh? Okay. Interessant. Äh, weg damit. sweatshirt. Knochen gehören hier nicht hin. Äh. Solar. Glaube ich bei Stein. und dieser wunderschöne fisch kommt hier auch ein habe ich den köder noch nein dann nehme ich den perfekt dann ab ins bett das schon wieder die eule wie jetzt stellt jetzt wieder so eine blöde statue irgendwo hin natürlich ich bin auch jetzt ein reptiluit alles gut gut so muss das okay und leute das war's mit dieser folge vielen dank fürs zusehen lasst ein like und abo da vergesst nicht die glocke hier drüben irgendwo dann klingt die habe ich lieb und vergesst hier und nicht die ja die info für die live streams schaut rein genießt habe ich lieb ciao